Einen schönen guten Tag zusammen. Ich freue mich, euch ein Angebot vorzustellen für Weihnachten. Wir haben fünf Bücher im Angebot für Sie. Statt 70 Euro für nur 50 Euro, fünf Bücher. Ihr spart 20 Euro. Der erste ist Flüche brechen. Dieses Buch wird euch helfen zu wissen, ob nur ein Fluch in eurem Leben da ist oder ob ihr Leute kennt, wie unter Flüche sind. Und da ist er mit praktischen Gebeten, um frei zu werden. Dann umgestaltet in seinem Bild ein richtiges Bild von Gott zu haben. Was ist das Evangelium und andere Themen? Ganz wichtiges Buch. Ein anderes Buch ist Jünger sein, um Jünger zu machen. Jesus hat uns Berufe, Jünger zu sein. Nicht einfach in die Gemeinde zu gehen, aber ein Jünger zu sein. Dieses Buch wird euch helfen, zu erkennen, was ein Jünger ist, um ein Jünger zu sein. Und mein letztes Buch, wie ich euch vorstellen möchte, ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Eine Notwendigkeit für die heutige Zeit. Jesus hat gesagt, in die Endzeit werden viele falsche Propheten kommen und Geister werden kommen, wie versuchen, uns zu verführen. Zu verführen. Verführungsgeister. Und dieses Buch wird euch helfen, das zu erkennen. Und mein Zeugnis raus aus dem Milieu. Das könnt ihr lesen und dann verschenken zu Ungläubigen, damit ihr euch Jesus findet. Seid alle reichlich gesegnet. Herzlichen Dank. Tschüss.